Egal wie viele, ob einer oder alle, ich kann das nicht akzeptieren. Halt, stopp! Die Operation ist im vollen Gange. Mit und ohne euch. Vier Soldaten befinden sich auf dem Weg gegen Zentrum. Dort wird das Notsignal abgefeuert. Das kann doch nicht der Ernst sein. Legt mich am Arsch! Danke!